Sooo, Aufnahme, synchronisieren. So, okay. Also wie gesagt, ich mache jetzt keine Anmeldung. Ich weiß nicht, ob Bugswings nochmal Hallo sagen würde, einfach weil es dazugehört. Guten Tag! Okay, wunderbar. So, also wie gesagt, ne, ich mache jetzt erstmal schnell zum kleinen Vulkan, der Stargate setzen und so, äh, Sidiya hilft mir mit meinem Tame. Und der Rest wird jetzt kranken, kranken, kranken und die Strukturen auch wegmachen. Wir sind Spieler. So, ich habe aber keine Zeit, ich muss weiter machen, Strukturen. Ja, so, Simon hat ausgerechnet, wir brauchen 150 Raketen, um die Strukturen wegzumachen, von Kingdem. Ja, ich habe 90 dabei. Jetzt bist du fertig. Okay, danke. Ich habe komplett gebaut und abgeliefert. Jetzt kann ich halt schon mehr warm. Ja, ich habe, das Problem ist, ich habe keinen, 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 keinen Kompass. Ich weiß nicht, wo ich hinlaufen muss. Weißt du, wo der Jumper-Base ist? Nein. Guck dir einfach, guck einfach mal in den Himmel, ob du vielleicht Vulkanhörer auch siehst. Weißt du, wo der Jumper-Base ist? Was? 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 Nein. Wie geht das aber sie? KvU I. Der kleine Lutz. Die Kriegerprinzessin mit dem Raketenwerfer. ich schaue mich schon mal ein bisschen auf der kleinen insel um okay wenn ich irgendwas finde das ist da geht oder wir teilen uns einfach auf das ist ja auch eine variante und treffen uns dann wenn wir was finden darkride 165 das lagelt es gibt zwei optionen entweder wir zerstören oder wir warten bis ein bisschen anwählt und ohne das kanadische davor das könnte lange dauern ich glaube ich habe es keine gute zu warten die ganze zeit brauchen dinos scheiße man kann damit schon musst du schaden mit zu nehmen moment es wird feiern nirgendwo es war gerade so ist ja die meine kanade geworfen das ist ein guter das ist ein guter was blut er und das hat so auskennen der blut aus dem stagel und wir also diejenigen hat die leute schickt das ist eine gute position ist zum themen so sieht in den staget haben und diese hier lasse ich alles killen was nicht um der will Die, die 130 sind, kommen wir ja da lassen. Die kommen ja tamen, während wir warten, dass noch ein Respawn ist, weißt du? Das ist so eine Variante. Okay, aber ich mach noch ein bisschen Kugel, oder? Ja, schau dich ruhig noch ein bisschen um, wenn du wütest. Ich kill schon mal hier. Oh, ein 135 Skorpion. Ich tamen die jetzt, Mann. Das sind acht Schüssel. Ein paar Schüssel nur. Ja, der geht gut durchschnittlich. Ich geh mal rüber zum Spino, das Wort. Vielleicht ist da einer. Ja. Bin mir nicht ziemlich gut. Die hat alles irgendwie kaputt aus. Ja. Lutz, auf was giltst du, dein Saber? Weiß ich noch nicht genau, lass den erstmal ungespielt. Vielleicht bin ich noch mit dem unterwegs. 130er T-Rex. Den nehme ich noch mit. Den nehme ich auf jeden Fall mit. Der ist hier drüben, beim Hohlen-Eingang. Okay, komm gleich. Auf der Vulkaninzelt. Ich versteck da noch schnell den Skorpion, okay. Oh. Oh, oh, oh. Da ist ziemlich gut gewesen, wenn wir jetzt diesen abgetrennten Bereich hätten in der Base. Ja, egal, das sind einfach schnell Themen. Ich meine, wir können auch einfach im Hinterhof und sage, wo das Eisen ist. Wo irgendwo da runterfallen. Ja, da muss man da eine Mauer bauen, also wir wollen das ja irgendwie eh zumachen. Muss mal gucken. Äh, sind Skorpion, lass ich erstmal hier. Wo bist du nur sediert? Ähm, du musst einfach nur rüber, da, wo der Lavafluss ist. Ach, du bist auf der großen Insel, oder was? Ja. Okay, das sind aber viele Lavaflüsse. Direkt den ersten, den du siehst. In Norden oder im Süden von der Insel. Äh, der ist im Osten. Also im Osten, der du... Ja, das ist schon klar, aber der nördliche oder südliche, der geht eine Hohlen-Eingang. Warte, ich guck mal. Äh, der hat, der runtergeht. Okay. Wir hatten die Ladenbox gemacht und schon befüllt. Ein bisschen was ist, André hat das vorbereitet. Nee, nein, nein, darf ich. Also, oh, right. Das war ein freudige Erwartung, dass du wieder zu uns stößt. Ja, ich hatte allerdings schon ein bisschen, äh, Sniper-Munition rausgeräubert, weil wir gestern hier, äh, letztes Mal belagert wurden. Jo, ich sehe schon, die hat doch auch irgendwie Rüstung rausgenommen, weil die auch, ich hab da irgendwie eine beschädigte Rüstung. Jo, so, dir fängst du schon mal an mit dem T-Rex? Oh. Ach, schade. Ja, das Kopie, und da steht hier irgendwo rum, keine Ahnung, ich finde ihn grad nicht mehr. Ja, sieh, dir fang schon mal an, ich tame noch schnell den 140er Skorpion. Bleib still. Äh, hier sind Spieler bei mir. Hallo, du. Hat noch irgendwer einen Raketenwerfer einstecken, grad in der Base? Bei mir im Safe. Oh, nichts. Jo, so, dir, fang schon mal an, mit THAM. Hier sind Spieler. Aber, äh, wir werden scheinlich kämpfen. Und jetzt kommt hier noch Verschärbung. So, eine Arschgeige, ne? Erst so Hallo, bleib stehen und so, und dann greift er mich an. Ich versuche, von dir wegzulocken, so dir. Okay. Ach, Mist. Naja, so auf nett machen und dann... Das mag ich überhaupt nicht, ey. Ich hab mich Trouble hier. Wie viel Wind hier. Jumon, ich hab mir mal gerade jemand geblieben. Den werfen wir bei dir aus ein bisschen. Jo, ganz schön. Ah, ich brauch Stamina. Von anderen Leuten. Ich hab nochmals zwei. Gehe ich dich mit. Jo, ich hab noch elf Raketen angestellt, ich hab den Raketen gerufen. Ja, ich hab noch Öl bei den ganzen Minuten. Ja. Können wir noch ein Steining? Können wir noch rein am Kübel? Okay, dann geh ich vorbei. Ich hab hier gerade einen Scheibung. Ich hab hier gerade einen Scheibung. Ah. Ja. Du bist so schwarz. Nein. Okay, ich mach's mal weg hier. Okay, ich mach's mal weg hier. Wie leuten sie dir? Wo? Bin noch dran. Okay. Was ist denn los Greta? Äh, ich hab hier gerade einen Typen auf Spino und einen Typen mit einer Sniper und noch drei auf Tigern, die mich verfolgen und auch mit auf Snipern. Und draufhauen. Okay. Also ich glaube... Ja, wie gesagt, ich beschäftige dich noch ein bisschen, ne? Alles gut. Ähm, soviel zu dem Kanu und zu mir. Ja. Na, dann mach du dich aus dem Staufseil, bitte. Na, dann mach du dich aus dem Staufseil, bitte. Auf dem Profil Zoo, am Eisberg braucht man keinen Geleitschutz. Hm. Na, war wohl ein falscher Zeitpunkt. Uh, das ist ein Alpha-Kanu. Oh, wenn er den Platz kriegt, hab da echt viele Lässe. Ich bin schneller. Vor allem haben die auch manchmal Loot dabei, ja? Mhm. Aber ich pass da mit ne Eile. Die Orte haben den gefortiert. Beide Fortresson. Kommt man da mit mal ein Kilo hin? Ja. Ja. Auch wieder raus? Ja. Okay. Zumindest bevor der... Zweite Tablet... Ja, die verfolgen nicht, als ihr die ganze Zeit das nervt. Oh nein! Äh, teilt nur noch mal das Eis noch auf, bevor das weg ist. Oh nein! Oh nein! Ich hab noch mal sechs Raketenwerfer dabei. Oh nein! Ich glaub nicht, dass man da wieder rauskommt. Ich glaub nicht, dass man da wieder rauskommt. Hier. Das ist halt 130. Ja. Den Kram hat's da richtig. Das Problem ist, ich hab noch eines Lamina, ey. Wie schnell, äh... Ey, ihr seid zwei Pfeifen ohne Mist, Mann. Äh... Noch ist der Kano nicht gut, ne? Doch. So, aber seitdem ist noch einer Sturm. Achso. Ja, äh, ich hab den abgestiegen und, äh, versteck mich jetzt hier, aber der Kino beißt die ganze Zeit hier rum. Immer anscheinend auch das Gargeld kaputt gemacht. Ich hab nämlich vollkommen vergessen, wo das ist und hab jetzt grad hier ne Foundation gefunden und das ist anscheinend. Da steht nur noch, seit wir abendrauf. Die verfolgen mich halt, ich sehe jetzt die ganze Zeit, ne? Mit was bist denn du unterwegs zu dir? Hm, selber. Wie mach ich die denn jetzt am blödesten, ey? Boah, nervig. Das ist echt viel. Oh, ne? Iboi, Tamina! Scheiße. Oh nein! Oh nein! Ich bin betäubt! Oh nein! Du bist auf meiner Seite. Ne, ich bin auf der kleinen Insel. Ich wach gleich wieder auf. Ey, die werden wir so platt machen ohne Scheiß. Boah, ich bin kaputt voll. Ich hätt die echt gern geholfen. Naja. Aber der will irgendwie nicht umfallen, ne. Ja, also die haben alles um mir gelootet, alles was ich miterlein. Ey. Das gar ist doch nicht gestorben, oder? Ne, aber der stirbt gleich. Oh, Alter. Weil meinst du dieses bleibt stehen. Die suchen ist nach mir. Ich muss gar irgendwie wieder bekommen. Wenn die jetzt sterben ist eh egal. Oh, das ist gestorben. Also wir merken, ne, Diablo-Leges hier heißen die. Also ja, bleib stehen hier, wir machen nix. Nervige Typen ey. Ja, das hatte ich letztens so gemerkt. Zweierkunden sind fast zu wenig immer unterwegs zu sein. Ne, alleine ist zu wenig. Ja. Beide, du schaffst es einfach. Wir sind hier immer noch mit dem Spino. Die haben ja auch noch zwei Blesios am Wasser. Wir werden euch so platt raiden, das konnt ihr wissen. Ich hab rausgeschnitten. Hahaha. Ja, wir warten. Ich muss noch irgendwo von der Fens ein. Ey, guck, komm mal, ich bin so nett, ich will dich noch nicht mehr killen. Was willst du machen? Ich glaub, da, wo ich mich gucke. Uhhh. Ja, weil noch diese Sprache daher so, ja, wir haben dich nicht mehr getötet, ne? Egal. So was. Ich mein, wir machen sie nicht anders. Aber was wir nicht machen, ist dieses Bleib Stehen. Hallo, wie geht's? Merkle, niemals in den Van mit der blutigen Madratze einsteigen. Hahaha. Ja, das ist ein guter Vergleich, ja. Wir töten mit Stil. So. Okay, Leute, machen wir weiter an der Stelle. Haben mich eben gerade ein bisschen hochgelevelt und so. Irgendwie da ein bisschen abgeregt. Ich bin hinter dir, ich bin hinter dir. Was hast du gesagt, von Diablo Legacy gefunden? Genau, und Ryan hat gerade... Wir wissen nicht, ob es nach Außenposten... Dieser Fabrikator, alter, der macht mich fix und fertig. Ryan hat gerade... Also entweder eine Außenposten oder die Base von Diablo Legacy gefunden gerade. Wo ist es denn, wenn es geht um Leben zu halten? Ja, den brauchen wir noch. So. Du, 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 du. Alter, ich hätte schon wieder was verschrieben. Hahaha. So, und du musst jetzt immer schön auf mich warten. Ich bin sehr langsam. Guck mal. Das ist seine, seine natürliche Farbe gewesen, das Weiß? Ja. Sieht schön aus. Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Ähm. Was ich auf dem Kano 145? Hm. Na, du nimmst mich mit, ne? Oh. Nice. Hast du nur dran? Nö. Böhm. In den Kopf. Da gibt's mal zu beißen. Also, ich muss hin. Nö. Nö. Nö, nö, nö. Nö, nö, nö. Nö, nö, nö. Nö. Nö, nö, nö. Nö, nö. Los drinnen. Nö, nö, nö. die während des Proben und und jetzt das letzte Sündung Prozent der Kugel bei dem die letzte Sätze gebührt worden denn ich habe schon mal an und kippt nicht durchgegangen wird also und wird sich in den Momenten gibt es nicht zu diskutieren ganz wieder aus auch ein bisschen mit 40 wir sind mit ihm zu geben um die Zünder hat er uns aus der Welt geklärt hat auch ein Wort der Gründe sind das Wort bei mir noch was in der Hand was ich in die Witzung Röntgen dort ist noch das Kumpel und von dir ich habe nie mal ist ordentlich mal wieder ein Aufregt diesen krassen Daun am Anfang gesessen wenn die Mann und mit dem Primo gleich auch noch durch Skali Köln und das ist noch ein bisschen menschen Städtel es kommen ins Kumpion und selber zu fahren das ist gut nicht umbrechen und da dort ist gut warum sollte ich nicht mehr gesehen ich bin durchgupfen es ist so ein Wettkern um die wir auf unserer Mauer waren gerade feindliche Leute er ist auch von dem hau er hat auf dem haupt oder nicht mit einer mit dem frosch ich bin nicht erinnert denn der mauer ist legendär und mit es ist in den vorstellungen sprung über die mauer das prognoste ja ich hab grad tools geholt die ersten gesehen sind so wie ein radel und ein zwei handeln das und so wie du mit das als in der Wiesel im Vorstellungswieser vorliegen und schafft jungen das ist nur noch bewegen nun jetzt Alarm 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 die Leute stellen aber egal ist das denn das ist super er war es so wie es so wie ging das angezeigt der 1 der hat noch gleich alles voll machen dachte ich werde durch eine Alarmanlage geschwungen das ist super das ist das Begründnis bekommen wir alles aufgang mit Spicken und sind alles vor allem ist an den Aufgang überall überall die Brücke den Hof in den Hinterhof und so einer Prozene Berge und ich diese sollen dass sie nie das gut benennen er kann man die denn wenn die Erwärmung Ulrike Einspläume und die Nürnberg die Füße gerade um die Held 1 oder so es ist draußen wo was ist Schildes Außer wir sind ein paar Jahre alt wo ich das erste Mal sitzt ganz unten in den Schuhen er war so gut jetzt und kürzend deswegen da kommt auch immer mit das einen Vorspieler kommt sofort hoffen bis hier die sind hier nicht mit dem Vorschlag wenn er nicht weiter und unterwegs an der Welt dort ja aber es ist ein ganz großartig und muss so dass das Schild ist schon wieder an das sind auch nicht die Mündnis gewünscht ich hab's nicht angenommen bei der Gelbe Blutmann das ist richtig gut fast schon ein schlechter T-Rex 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 So von den Werten her